Es ist diskussionsbedürftig. Es riecht streng, schmeckt aber in der richtigen Kombination sehr, sehr gut. So eine Harzerrolle oder so ein Skier. Man denkt am Anfang, boah, nicht so nice. Hier alle verziehen auch schon das Gesicht und es riecht auch schon durch die Verpackung. Aber mit süßem Senf schmeckt es wirklich gut. Und ich würde das nicht überall mit hinnehmen, weil sonst stinkt die einfach nach Käse. Aber es hat die besten Nährwerte, fast nur Eiweiß. Also es ist der perfekte Fitness-Snack, diese Harzerrolle mit süßem Senf. Ich kann es euch mal demonstrieren. Man braucht eigentlich nur einen Löffel. Man kann es hier jetzt auch dippen. Ich nehme so ein bisschen süßen Senf und mache die hier so an die Ecke. Und dann passe ich eigentlich einfach ab. Und es ist es. Und es schmeckt eigentlich echt voll gut.